In der Melanchion-Akademie in Köln setzen wir im Herbst immer mit der Vielzahl von Veranstaltungen drei Schwerpunkte. Wir haben einen neuen Fachbereich etabliert, der heißt Nachhaltig Leben. Und wir reagieren darauf einerseits auf Veranstaltungen, die bei uns in den letzten Jahren eh schon zustande gekommen sind, und fokussieren sie. Und wir nehmen viele Fragen aus Kirche und Gesellschaft auf und wollen Gemeinden auch Mut machen, sich diesem Thema zu stellen. Der zweite Akzent ist, wir setzen das Karl-Barth-Jahr in der zweiten Hälfte 2019 fort mit einer, glaube ich, in Deutschland einzigartigen Tagung zu Barth und Judentum. Barth hat das Judentum in der Zeit des Kirchenkampfes entdeckt als die Frage nach dem Sein oder Nichtsein auch der Kirche. Und das bedeutet heute eine ganze Menge angesichts des neuen und alten Antisemitismus. Und wir beschäftigen uns mit der Wende 1989, die Deutschland und Europa ja massiv verändert hat und heute noch verändert. Und Fragen mit Zeitzeugen, aber auch mit Menschen, die von Ost nach West und von West nach Ost gewandert sind, nach den großen Transformationen in unseren Kirchen, in unserer Gesellschaft, nach den Mentalitäten und nach den Fragen, die uns das heute stellt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt stehen dafür vor Timmer Klimaanis